Episode 1 So, mein neuer Hüpfer Crash, hilf mir das Stinkseingang zu setzen Endlich wird es der Welt gelegen, Butter zu recyceln Hey, das war echt gut Okay, okay, gib mir den Transdinsillator Das ist ja allerdings da Warte, Gott! Ist, ist das Ding an? Ja? Haha, ich bin wieder da! Ergebt euch Kortex! Probier's doch! Hey du Genie, ich kann dich nicht hören Ich bin ganz weit weg und fliege wie ein Hovercrop oder sowas Ich kümmere mich um sie Ich habe viele Jahrhunderte lang gegen das Böse gekämpft Was? Das ist mein Klapp? Hilfe! Crash, hilf mir! Oh! Ich tu jetzt wieder Böses! Tschüssi! Ich werde hier ein bisschen bleiben Crash, zum Gehen oder Rennen bewegst du einfach das Analogpad Drück die X-Taste um zu sprengen Und die X-Taste in der Luft erneut, um einen Doppelsprung auszuführen Crash, drück die Quadrat-Taste um etwas zu zerschmettern Und magisches Motshelm zusammen Je mehr du sammelst, desto stärkerlos Oh! oh wirst du was? Wieso denn eigentlich der Elf mehr, heil mir doch doch eine Halt aus Aufhören auch gerne kurz zu stupide Einfallspinsel der grössten Bedrohung für die tollen Pläne des Meisters aber wie können die's AHH Das ist der Elf mehr Na los Crash, spreng mit der X-Taste und drück die X-Taste in der Luft erneut, um einen Doppelsprung auszuführen. Lüttet ihn aus! Die Täter! Hand ihn! Hol das Mojo! Das hat Pin gemacht! Oh, komm! Oh, jetzt hört der weiß Spaß an! Oh, musikalisch betrachtet ist es beachtlich, dass er da oben ist.